Hossa Internet, whoops, da ist dem Publisher Sega ein peinlicher Patzer passiert, der aber die Spielerschaft ziemlich erfreuen dürfte, denn vor kurzem hat man im US-Playstation-Store die Demo-Version zu Yakuza 6 veröffentlicht. Die Spieler haben sich dann diese 30 GB große Demo runtergeladen und nicht schlecht gestaunt, als diese Demo nicht enden wollte, denn offenbar hat Sega vergessen, in dieser Version die Demo-Beschränkungen einzubauen. Effektiv haben jetzt also einige auserwählte Spieler das Glück, die Vollversion des Spiels knapp anderthalb Monate vor dem geplanten Release völlig kostenlos herunterladen zu können. Sega hat es aber recht schnell gemerkt, diese Demo dann aus dem Playstation-Store in den USA entfernt und sich auch auf Twitter entschuldigt für die Unannehmlichkeiten. Man will jetzt eine angepasste Demo-Version veröffentlichen, die hatte man übrigens schon in den Stores der anderen Territorien wie zum Beispiel Europa veröffentlicht. Wer also hierzulande versucht, die Demo runterzukriegen, der kriegt auch wirklich nur das, eine Demo-Version. Yakuza 6 – The Song of Life erscheint für die Playstation 4 am 17. April. In Japan ist das Spiel schon im Dezember vergangenen Jahres erschienen. Und noch ein überraschender Release, der erfreut die Spielerschaft aber eher weniger, denn Chrono Trigger, der Super NES-Rollenspiel-Klassiker, ist völlig überraschend von Square Enix auf Steam veröffentlicht worden. Die Nostalgie-Freude hat aber nur kurz vorgehalten, denn relativ bald haben sich negative Reviews da breitgemacht. Inzwischen steht das Spiel bei über 150 negativen Bewertungen auf größtenteils negativer Einstufung und da bemängeln die Spieler einen sehr gewöhnungsbedürftigen Weichzeichner-Effekt, der über allem drüber liegt. Außerdem ein sehr, sehr rudimentäres UI, also eine Benutzeroberfläche. Und das liegt wohl daran, dass das Ganze eine Portierung der Mobile-Version des Spiels ist und das gefällt den Spielern gar nicht. Chrono Trigger ist ursprünglich für den Super Nintendo erschienen, ist über die Jahre außerdem aber für den 3DS, die Playstation 1 für iOS und Android-Geräte und die Virtual Console neu aufgelegt worden. Auf Steam kostet Chrono Trigger rund 15 Euro. Auf Twitter kündigt die US-Altersfreigabebehörde ESRB an, dass man in Zukunft nicht nur auf Spielepackungen, sondern auch in Online-Stores vor In-Game-Purchases warnen will. Dazu soll es ein spezielles Label geben, das da auf der Verpackung angebracht ist und das soll dann eben vor allen Formen von Mikrotransaktionen und Lootboxen warnen. Konkret geht es da um Inhalte wie Bonus-Levels, Skins, Überraschungskisten, Awards, Musik, virtuelle Währungen sowie andere Formen von Abos wie Season-Pässe. Außerdem startet die ESRB eine neue Website namens ParentalTools.org und da sollen sich die Eltern dann Tipps und Tools abholen können, wie man die Zeit und das Geld, das Kinder in Spiele investieren, nicht nur überwachen, sondern auch begrenzen kann. Ähnliche Pläne für Europa und speziell Deutschland sind bisher nicht bekannt. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen. Bis dahin, weiterspielen. Bis dahin, weiterspielen. Bis dahin, weiterspielen. Bis dahin, weiterspielen.